Moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Transport Fever 2. Wir starten eine neue Karte, beziehungsweise unsere erste Karte in diesem Let's Play. Und hier steckt relativ viel Vorbereitung drin, bis ich dann auch zufrieden war, was die Karte angeht. Wir starten hier in unserer Stadt, Zebra City. Alles ist computergeneriert, ich habe nur hier schon die eine oder andere Stadt umbenannt. Den Rest aber so gelassen und sobald wir zu den Städten kommen, werden wir die auch entsprechend umbenennen. Kurzer Überblick über die Karte. Wir spielen 1 zu 2. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsstand schwer, damit wir es gerade beim Anfang nicht so leicht haben. Allerdings spielen wir mit relativ vielen Mods. Ich meine, ich habe aktuell um die 350 installiert. Eine Modliste gibt es von mir persönlich nicht. Das wird dann doch den Rahmen und vor allem die Zeit sprengen. Aber diese Karte hier wird im Steam Workshop für euch verfügbar sein. Und zwar in der Vanilla Variante, heißt ohne Mods, damit ihr diese auch ohne meine Mods entsprechend spielen könnt. Und den Link dazu findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Eine Sache, die ich direkt als ersten Tipp für euch habe, geht hier rüber und sagt, dass ihr die Kosten ausmacht, denn das macht doch ordentliche Performance Probleme. Ansonsten als eigene Schwierigkeit habe ich mir noch gesetzt, nur ein Zugdepot auf der Karte zu setzen. Und das kann dann durchaus interessant sein, wenn wir hinten auf der Karte ankommen und der Zug da erstmal 20 Minuten zum Bestimmungsort braucht. Für den Start habe ich mir überlegt, werden wir erstmal hier eine Route einrichten vom Bauernhof zur Lebensmittelfabrik, um einfach schon mal ein bisschen Geld zu generieren. Dann kümmern wir uns hier um den Nahverkehr und binden eine zweite Stadt an. Ich denke mal, da der Weg hier doch relativ weit ist, fangen wir dann hier an mit einer Fernbuslinie, zwei Nahverkehre und gut ist. Ansonsten sehen wir auch schon, hier in den ganzen Städten wird überall Baumaterial benötigt. Heißt auch hier können wir vielleicht schon mal eine erste Baumaterialroute starten, auch um einfach schon mal ein bisschen Geld zu generieren. Denn auf Schwer ist es gar nicht mal so leicht, in die grünen Zahlen zu kommen. Wir starten. Ihr seht auch schon, die Straßen in den Städten sehen ein bisschen anders aus. Das ist die Mod Better Roads. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die Straßen sind dann doch schon, ja, ein gutes Stück schicker. Und wir bauen die Stadt hier auch direkt ein bisschen aus. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber das werden wir doch hier zur Verfügung haben. Und dann bauen wir uns auch einen etwas anderen Weg, nämlich kürzer, weil die Berechnung der Fahrpreise bzw. der Einnahmen geht Luftlinie von Haltestelle zu Haltestelle. Und dann ist es hier doch mir ein bisschen zu weit, hier einen riesen Umweg zu gehen. Und hier werden wir dann auch direkt als kleinen Spoiler schon mal Gütertrams einsetzen. Denn das ist eine Mod, die ich wirklich auch persönlich sehr feier, die auch einen relativ großen Impact hat und die die ganze Geschichte hier durchaus auch wieder am Ende ein bisschen leichter macht. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was diese Staffel hier für uns bereithält und zu bieten hat. Ich hoffe natürlich einiges und vor allem hoffe ich, dass wir am Anfang nicht pleite gehen. So, da haben wir den Bauernhof. Wir nehmen hier unsere erste Mod. Sagen nur ein Eingang, der reicht uns aus. Tramsupport ja, elektrifiziert können wir direkt lassen. Und dann setzen wir das Ding hier mit 432 Kapazität einmal hin. Und auf der anderen Seite brauchen wir nur eine Güterhaltestelle. Denn hier reicht es tatsächlich aus, einfach nur in der Reichweite zu sein. Um es vielleicht ein bisschen, ja, schöner zu machen, würde ich fast sagen, werden wir hier direkt auch die nächste Mod verwenden. So, nehme ich einen Wendehammer, wo wir die Haltestelle wunderbar reinpacken können. So gehen wir auch späteren Verkehr von Anfang an aus dem Weg und setzen dann hier unsere entsprechende Güterhaltestelle hin. Dann brauchen wir natürlich noch Tramgleise hier zwischen. Die machen wir direkt mit Oberleitung, auch wenn wir es aktuell nicht brauchen. Das sind jetzt nicht die Riesenmehrkosten. Und dann hatte ich mir überlegt, wir setzen auch die Depots für die Fahrzeuge nicht unbedingt in jeder Stadt, sondern nutzen es dann für mindestens zwei. Heißt, das, was ich hier hinsetze, nutzen wir dann für unsere Hauptstadt und hier unten Fenlo, wenn wir es dann später anbinden. Und hier setzen wir dann eins hin für die nächsten beiden Städte und so weiter und so fort. So ist es, glaube ich, ein bisschen zumindest realistisch, ohne es direkt zu übertreiben und überall ein Fahrzeugdepot zu haben. So haben wir auch wieder ein bisschen höhere Schwierigkeit, ein bisschen mehr Wege. Ich glaube, das ist dann schon ganz in Ordnung. Auch hier setzen wir unsere Straßen, setzen hier entsprechend die Straßenbahnhaltestelle und beginnen dann auch schon mit unserer ersten Linie. Hier als Tipp in den ganzen Linienmanager und den anderen Baumenüs ist es so, dass die Karte weiß wird. Wem das zu hell ist, der drückt auf Numpad als Beispiel zweimal die Eins. Dann werden einmal die Höhenlinien eingeblendet, ausgeblendet und ihr habt freie Sicht auf das, was ihr so tun möchtet. Dann starten wir hier doch direkt und haben hier eine Güterlinie, nämlich von Bauernhof 1 zu Boot Zebra City. So werde ich auch alle Güterlinien benennen, zumindest was die Straße angeht. Bei den Zügen werde ich das wahrscheinlich mit GZ abkürzen für Güterzug, aber da bin ich mir noch unsicher. Wir stellen hier ein, dass er voll laden soll und zwar so lange, bis er wirklich auch voll geladen ist. Und wir gucken uns an, der Bauernhof hat 400 Kapazität. Hier werden zwei benötigt, also 800 für die volle Produktion. Das passt also. Auch hier verwende ich Mods, um halt mit einer Fabrik nicht nur eine Stadt anzubinden. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir haben hier doch relativ wenig Industrie im Vergleich. Moin Kollege Autosave. Ich glaube, der Kollege wird uns hier durchaus lange begleiten und immer wieder, ja, stören an der Stelle. Und, ja, Vorteil von weniger Industrien ist, dass wir mit einer Industrie wirklich mehrere Städte versorgen müssen. Ich würde hier mal erst mal 10 kaufen für. Schlanke 2,6 Millionen. Und die setzen wir dann auch direkt drauf. Und schauen sie uns auch direkt an. Ist ein bisschen herausfordernder, herausfordernder, wenn man nicht nur eine Industrie pro Stadt hat, sondern, ja, die Industrie wirklich über die halbe Karte quasi transportieren muss. Da kommt dann auch ein großes Güternetz am Ende zusammen. Und hier fahren sie raus, unsere Dampftrams, die sich nachher den Berg hier hochquälen müssen. Denn, das ist etwas, was ich ja schon mal zeigen kann, die Stadt hier liegt wirklich auf dem Gipfel bei ungefähr 117 Metern. Zu, vergleicht, der Bauernhof. Der liegt auf fast Meeresspiegel mit 7,4 Metern. Heißt, hier hat die Tram einfach mal gute, ja, 110, 120 Höhenmeter zu absolvieren. Genauso hier später die Pferdenbusse und auch die Züge, sobald sie eingesetzt werden, haben hier durchaus einige Höhenmeter zu machen, die man erst sieht, wenn man auch wirklich nah rangeht und dann auch am besten von unten schaut, würde ich sagen. Genau. Und da sehen wir, es geht doch schon ganz schön bergauf. So, dann schauen wir mal, dass wir hier unsere ersten Linien auch direkt einrichten, damit wir hier einfach, ja, zügig vorankommen und hier schon mal ein bisschen Nahverkehr generieren. Dann fangen wir nämlich an mit einem Kernbahnhof. Da können wir auch sehr, sehr gerne erst mal Ära A. Ja, wir sind noch in Ära A. Wir haben nämlich gestartet am 01.01.19. Aber das ist Cargo, oder? Ne, Passagier, passt doch. So, denn hier können wir direkt auch, wenn wir denn lustig sind, einen Riesenbahnhof hinsetzen. Wollen wir aber erstmal nicht. Uns reicht erstmal ganz am Anfang eine Plattform. Die setzen wir auch ruhig ein bisschen außerhalb hin, damit wir einfach noch genügend Möglichkeiten haben, das Ganze zu erweitern. Wir setzen die Straße hin. Hier baue ich immer gerne über die Kreuzung, weil dann ist klar, dass die Straße hier im rechten Winkel sich hinbaut und wir nicht irgendwelche komischen Kurven drin haben. Was wir aber direkt machen werden, ist ein zweiter Eingang und vielleicht nochmal ein, zwei mehr Haltestellen, beziehungsweise ein bisschen mehr Länge. Und dann setzen wir hier auch die Stadtstraßen weiter. Gehen auch hier weiter. Können das wieder abreißen und haben hier eine saubere 90 Grad Kurve. Das hier hat so ein bisschen was von San Francisco, wie es hier stufenweise bergauf geht. So, wir haben unseren ersten Abzweig gesetzt. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit einem Nahverkehr. Nimm dafür hier die schöne Mod mit den Haltestellen und führen den Nahverkehr zuallererst mal durch das Wohngebiet. Auch das in beide Richtungen. Wir machen nämlich eine Linie, die in beiden Richtungen hält. Kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, das so zu machen. Wobei beim Nahverkehr, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil es durchaus verschiedenste Ansätze gibt, wie man einen Nahverkehr organisieren kann. Und da fängt die Stadt auch schon an, von selber zu bauen. Das möchten wir haben. Ich mache es gern so, dass ich quasi eine Ringlinie mache, beziehungsweise eine Linie, die irgendwo hier dann anfängt zu drehen. Die darf auch ruhig am Anfang ein bisschen länger sein und ein, zwei Haltestellen mehr haben. Und hier darf sie dann abbiegen, rumgehen. So können auch die Passagiere hier nochmal in die anderen Haltestellen umsteigen. Und hier dreht der Bus dann und fährt entsprechend zurück. Beziehungsweise vielleicht innerstädtisch sogar direkt eine Tram. Schauen wir mal. So, das ist der ÖPNV für Zebra City. Wir machen hier wieder den weißen Hintergrund aus. Wir starten selbstverständlich am Zopp. Den benennen wir auch nachher noch um. Und nehmen hier unsere gebauten Haltestellen einmal alle mit. Was ich dann noch kontrolliere, ob sie auch an der richtigen Seite der Haltestelle halten oder ob sie hier einmal einen 180 Grad Turn machen, um an der falschen Seite zu halten. Das passiert manchmal, wobei seit dem letzten Update im Sommer letzten Jahres ist es deutlich weniger geworden. Aber das passt doch erstmal. Das gefällt mir doch ganz gut. Und dann setzen wir aber auch direkt Tramgleise, denn ich möchte schon in meiner Stadt lieber eine Straßenbahn fahren lassen. Und damit diese auch dahin kommt, setzen wir hier auch noch Tramgleise hin. Und gehen hier auch gerade einmal hin. So. So hat er nämlich den direkten Weg hier oder mehr oder weniger direkten Weg hier zum Zopp. Den benennen wir dann auch entsprechend direkt um in Zopp. Und ich würde sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Haltestellen. Wer fast versucht, 10 Bahnen zu kaufen, was aber vielleicht für den Anfang ein bisschen zu viel ist. Wir machen, versuchen es erstmal mit 8. Kostet uns auch schlanke 750.000. Und setzen die Straßenbahn dann entsprechend ein. Die Stadtbahnhalle mit einer Kapazität von 11. Und schauen mal, wie sich das einpendelt, ob die Linie Gewinn oder Verlust macht und ob wir da dann nochmal aufholen. Währenddessen können wir auch hier schauen. Hier sind die Trams angekommen und laden das Getreide auf. Und ob die ausreichen, können wir auch gucken. Nämlich immer in der Linienstatistik. Und hier ist tatsächlich... Oh, das geht schnell. Hier kriegen wir nämlich die CE-22. Können wir uns auf jeden Fall anschauen. Ist auf jeden Fall auch interessant, wenn man gemischten Güterverkehr hat. Für den innerstädtischen Verkehr jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel von der Kapazität her. Aber können wir uns anschauen. So, was wichtig ist, gerade bei Gütern, wo ich drauf achte, ist die Rate. Wir sehen aktuell, bringen unsere Bahnen hier 215 pro Station weg. Der Bauernhof produziert 400. Heißt, da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben, noch mehr Trams einzusetzen. Wir warten aber erstmal ab, ob es wirklich 215 sind oder mehr sind. Da muss er meistens eine Fuhre machen, bevor das wirklich klar ist. Dann gehen wir in die nächste Stadt. Schauen auch hier, dass wir das Straßennetz ein bisschen unterstützen. Zumindest da, wo wir keine Gebäude abreißen. Und das sieht gut aus. Hier können wir das Geschwungene ruhig mal weiterführen. Bis hier hin, würde ich sagen. Und da, wo wir kleine Straßen haben, die dann doch relativ langsam sind, können wir auch direkt upgraden auf große. Ja, Deutsch ist heute wieder on point. Und dann machen wir hier auch eine innerstädtische Straße draus und gucken auch hier, dass wir direkt die kleinen Straßen upgraden. Das ist natürlich für den Anfang mit 2,7 Millionen zu teuer. Wir haben schon unser halbes Budget, unseren halben Kredit weg. Das geht am Anfang doch relativ zügig, aber man muss tatsächlich investieren, wenn man denn auch was verdienen möchte. So, upgraden wir auch die Straße direkt. Und würde ich sagen, upgraden wir hier bis zur Brücke auch. Denn das hier wird eh alles Stadtstraße, früher oder später. So, dann können wir auch die Brücke noch mitnehmen, die jetzt einen doch durchaus hässlichen Knick bekommen hat, aber das korrigiert sich, sobald wir hier weiterbauen. Okay. Dann haben wir nämlich wieder einen schönen Bogen. Die schöne alte Steinbrücke reicht beim Anfang auf jeden Fall aus. Hier machen wir dasselbe. Ich würde sagen, wir machen keine großen Experimente. Ich habe hier noch einige Mods, die dann später interessant sind, wie hier diese mit Wendeschleife. Aber wir gehen auch hier erstmal mit elektrifizierten Trammgleis ran und setzen hier den Standard-Zop. Den können wir auch ruhig so hinsetzen. Ja, den setzen wir direkt so hin. Zack. Und bauen auch diesen ein bisschen aus. So. Und setzen auch noch einen zweiten Straßenzugang hin. Und schließen das Ganze dann jetzt entsprechend ans Straßennetz an. Hier vielleicht nicht ganz so nah an die Brücke. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr ungern sehe. Wir können es aber auch nicht korrigieren, weil der Abriss hier zu teuer ist. Also ich hätte es gerne hier dran, dass es eine Kreuzung ist. Wir können es jetzt am Anfang leider nicht verhindern. Beziehungsweise korrigieren. Und müssen einfach damit leben. So. Mit Oberleitung. Ja. Wohl. Hier braucht man doch gar keine Oberleitung. Wir nehmen es erstmal raus. Weil hier möchte ich dann erstmal einen Bus einsetzen und dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Da wir jetzt hier vielleicht sogar für drei Städte mal ein Depot bauen, bauen wir das Busdepot doch einfach so ungefähr hier in die Mitte. setzen das mit Punkt und Komma beziehungsweise hier mit Komma ein bisschen runter, dass es reinpasst. Am Anfang werden wir auch kein Terraforming betreiben. Nein, kein Trammgleis bitte. Weil auch das ist für den Anfang deutlich zu teuer. Und dann können wir hier auch schon die nächste Stadtlinie planen. Das ist auch das Erste, was ich mache, bevor ich hier den Fernbus einsetze. Wir gehen einmal rein, wieder in die Gebäude. Nehmen hier wieder die mittelgroße Station und schauen mal, wo wir sie am besten lang führen. Ich würde sagen, wenn wir hier rausfahren, darf er hier als erstes halten. Dann hier oben. Macht hier oben den Schlenker, um die Wohngebäude entsprechend mitzunehmen. Und ich hoffe natürlich, dass wir direkt am Anfang mit diesen Linien hier auch Gewinn machen. So, er darf hier eine große Runde fahren. Das passt. Und dann können wir auch schon die nächste Linie einrichten. Nämlich den Nahverkehr hier für Mülheim. Das machen wir selbstverständlich genauso wie die andere Linie. Hier möchte er einen Weg gehen, den ich mit dem nicht gehen möchte, weil hier hat er unnötige Kurven drin. Das können wir ihm aber auch erzwingen, indem wir hier einfach vor der letzten Kurve sagen, Wegpunkt setzen. Und dann haben wir hier den Kapellenweg. Und bevor er hier an der neuen Straße hält, darf er den Wegpunkt mitnehmen und hat hier die Gerade anstatt da noch zweimal extra abbiegt. Das ist immer ein kleiner Vorteil. Ja, das sieht geschmeidig hier aus, aber wie gesagt, gefällt mir nicht. Also ich hätte es gerne in einer Kreuzung. Und ich werde es auch irgendwann machen, wenn unsere Finanzen und unsere Einnahmen stimmen. Aktuell ist es halt leider noch zu teuer. Dann kaufen wir uns jetzt hier den ein oder anderen Bus. Leider kränke ich aktuell hier bei der Aufnahme noch ein bisschen. So, was nehmen wir denn für den innerstädtischen erstmal? Ich würde sagen, der Mech ist ein ganz gutes Fahrzeug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nehmen wir erstmal sechs Stück. Aufstocken können wir immer noch. Das auf die Linie 1, die wir gerade nicht benannt hatten. Was wir noch ändern müssen in ÖPNV. Mühlheim. Später kommen da natürlich auch noch Zahlen hinter. Und dann können wir auch schon unsere erste Städteverbindung machen. Nämlich, wie nennen wir es denn? Überlandbus? Fernbus? Nennen wir es Fernbus. FB. Fernbus, Zebra City, Mühlheim. Und auch da bleibt uns leider in der Epoche noch relativ wenig Wahl. Ich würde hier einfach mal zehn Busse draufsetzen, weil die Strecke ist doch relativ lang und die Busse sind ziemlich langsam. Das sehen wir nämlich auch hier direkt im Takt. Seit fast zwei Minuten die Frequenz. Heißt, zehn Busse könnten da sogar mit der Kapazität wenig sein. Je nachdem, wie viele hier zwischen den Städten pendeln wollen. Aber so haben wir uns jetzt eine schöne Basis geschaffen. Hier verkehren auch schon die Trams und wir sehen, okay, die ist noch leer, die ist voll dafür. Und hier warten auch genug. Heißt, hier haben wir eine gute Chance mit Gewinn zu machen relativ schnell. Wichtig ist, dass halt hier am Anfang erstmal alles in den blauen bzw. in den grünen Zahlen kommt. Hier werden sie blau dargestellt. Aber wir sehen auch hier schon, die Straßenbahnen hier machen entsprechend Gewinn. Die Brotfabrik fängt an zu produzieren, versendet noch nichts. Das ist dann der zweite Schritt, den wir machen. Nämlich von der Brotfabrik liefern wir das Brot hier in Zebra City rein. Da können wir auch gucken, wo das Ganze dann hin muss später. Das ist relativ simpel. Da können wir die Haltestelle hier vielleicht ein bisschen verschieben. Was macht er denn hier? Nee, nee, nee. Also so eine Kurve, mein Freund, gibt es nicht. Entweder baust du hier gerade oder gar nicht. Also manchmal muss man da echt aufpassen, wie die Stadt baut. Und hinterher sein. Auch hier sehen wir wieder, er möchte einfach immer die kleinen Straßen bauen. Ich möchte aber, dass er die großen baut. Das ist mir schon wieder zu teuer. Da haben sich schon Gebäude leider angesetzt. Aber wir verbinden das. Und dann haben wir hier schön gerade Straßen. Sehr schön. Das bietet sich doch wunderbar an. So, wir haben uns eine gute Basis geschaffen. Und hier fangen wir auch an, Gewinn zu machen. Wir sehen, 200 ist der Jahresdurchsatz. Heißt, wenn er hier 400 produziert, kriegen wir gerade mal die Hälfte weg. Da ist auf jeden Fall Potenzial. Deswegen kopieren wir uns direkt mal noch 5 Fahrzeuge. Zahlen hier im Kredit mal 1,5 Millionen zurück. Weil am Anfang die 10 Millionen sind nur auf Pump. Und dafür zahlen wir entsprechend auch Zinsen. Und die Zinsen können wir uns auf jeden Fall sparen. Beziehungsweise ein bisschen drücken, indem wir was zurückzahlen. Wenn wir gerade sowieso nichts unternehmen. Und noch etwas, was wir jetzt am Anfang erstmal machen müssen, wo ich später dann separate Folgen draus mache, sind Mitfahrten. Denn, ja, viel leisten können wir uns aktuell nicht. Deswegen würde ich sagen, steigen wir hier in die erste Tram einfach mal ein. So, hier als Fahrer. Na, noch einen Schritt nach vorne. Und schauen einfach mal, wie die Strecke dieser Stadtbahn so aussieht. Hier sehen wir schon starke Steigung. Aktuell 27 kmh. Das ist die Maximalgeschwindigkeit von dieser Straßenbahn, von der kleinen. Und mal sehen, ob es mit der Leistung reicht, hier den Hügel hochzukommen. Aber es hat tatsächlich schon irgendwo so ein bisschen San Francisco-Style hier. Auch die Straßenbahnen sehen so ein bisschen aus. Nicht ganz so, aber wenigstens ein bisschen. Und hier sehen wir, steigt leider niemand dazu. Die Straßenbahnhaltestelle ist leer. Und backt sich auch leider in den Boden rein. Schade hier auf der... Schrägen. Aber lässt sich leider nicht vermeiden. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres als das. Und, äh, ja, ich schätze mal, dass wir hier durchaus, sofern die Angel von der, ähm, vom Spiel es mitmacht, hier durchaus, äh, sehr, sehr lange in der Karte verbringen können. Auch hier sehen wir, äh, kleinere Fehlerchen, okay. Na gut, das gehört dazu. Da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Ähm, etwas, was ich eher weniger bis selten betreiben werde, ist Schönbau. Das hier ist als rein wirtschaftliches Spiel zu betrachten. Natürlich schaue ich schon, dass es irgendwo dann, gerade wenn wir auf die Zugstrecken gehen und anfangen, ähm, mit Zügen zu arbeiten, dass es halt schick aussieht. Die Haltestelle sieht sehr voll aus. Hier stehen doch einige. Und was sehr, sehr geil ist, ähm, meiner Meinung nach ist natürlich jetzt um 1900 rum die Epoche, dass die, äh, Sims hier entsprechend auch gekleidet sind. Das wird später deutlich anders aussehen. Da haben sie dann moderne Kleidung, auch die Gebäude aktuell, äh, passend in das Zeitalter. Auch das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Und, äh, noch etwas, was ich machen werde, jetzt nicht in der ersten Folge, aber ich denke mal schon ab der zweiten, werden wir die Datumsgeschwindigkeit, ähm, halbieren. Und die Spielgeschwindigkeit erhöhen, einfach damit wir mehr bauen können und nicht so viel an Mitfahrten haben. Ähm, weil, ja, ich kenne es von mir selber, es ist nicht unbedingt immer jedermanns Sache. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich da eigene Folgen draus machen. Moin, Herr Autosave, grüße dich. Und, äh, ja, das bietet sich einfach wunderbar an. Und dann, hier ab und zu mal, wenn wir einige neue Strecken gebaut haben, diese dann, äh, in separaten Folgen abzufahren. Und einfach mal so ein bisschen, äh, Revue passieren lassen, was wir dann, äh, so gebaut haben. Wie das Ganze ausschaut, wie sich auch die Städte entwickeln. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie groß die Städte werden können. Gerade hier, ich sag mal, unsere Hauptstadt, die als, äh, ja, dann später wahrscheinlich mit einem Kopfbahnhof laufen wird. Ähm, was wir da alles noch anbinden an, an Strecken und an Städten. Und wie es auch mit Gütern aussieht. Ich möchte nämlich durchaus, äh, teilweise kombinierten Schienenverkehr auch implementieren. Heißt, Personen- und Güterzüge teilweise über gleiche Streckenabschnitte, gleiche, äh, gleiche Gleise führen. Auch das bietet sich an. Manche machen es gar nicht und trennen das komplett. Aber ich find's sehr, sehr interessant. Es wird dadurch auch noch mal ein bisschen komplexer, noch mal ein bisschen spannender. Äh, was die Taktung etc. angeht. Apropos Taktung. Da für mich, äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, ihr habt's vielleicht schon vorhin unten gesehen. Ich hab die Fahrplan-Mod installiert. Eine sehr, sehr geniale Mod, muss ich sagen. Und, äh, die werden wir auch für die Züge einsetzen. Für, äh, Güter oder für den Personennahverkehr mit Bus und Tram werden wir es nicht nutzen tatsächlich. Da find ich es dann doch, äh, vom Micromanagement her ein bisschen drüber. Aber, Bezüge bietet sich das an, um da einfach, grad bei Personenzügen, einen sehr, sehr vernünftigen Takt hinzukriegen. Weil, am Ende ist es dann so, ein Zug muss irgendwo warten. Und auf einmal fahren zwei Personenzüge derselben Linie hintereinander her. Aber, ich red hier die ganze Zeit über Züge. Und wir sind noch meilenweit davon weg. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, innerhalb der ersten zehn Folgen, äh, hier die ersten Züge auf die Karte zu bringen. Weil die Strecken doch relativ weit sind zwischen den Städten. Hab die Karte auch extra groß gewählt. Mit relativ wenig Städten. Ich mein, wir haben 25 Städte auf der Karte. Heißt, äh, ja, da sind die Abstände einfach relativ groß. Das haben wir ja grad schon gesehen. Und das werden wir auch beim Fernbus definitiv so sehen und erleben. Dass die Abstände da groß sind. Und, äh, ja, die Strecken aktuell noch sehr weit. Aber, umso weiter wir auch in der Zeit vorangehen, desto schneller werden natürlich auch alle Fahrzeuge. Und dann ist das kein Problem mehr. Ich halte mir auch, auch in diesem ganzen Safe Game vor, äh, die ein oder andere kleine Stadt auch nochmal dazwischen zu setzen. Da kann ich mir vorstellen, dass wir hier zwischen unseren ersten beiden Startstätten vielleicht noch ein kleines Dorf reinbringen, äh, wo wir dann unterwegs noch halten. Aber, das werden wir definitiv nicht am Anfang machen, sondern mit dem arbeiten, was uns, äh, generiert wurde. Und, äh, ja, da schauen wir einfach mal. Da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Hier sehen wir auch schon, wir sind hier am Rande der Stadt. Hier wächst und gedeiht sie und wird immer und immer größer. Umso mehr wir natürlich hier anliefern und, ähm, umso mehr wir transportieren, desto größer wird auch die Stadt. Können wir uns, ähm, Statistikmenü auch gerne hin und wieder mal anschauen, wie so das Städtewachstum aussieht. Aber, ja, das kann schon was wirklich Großes werden. Und wir sehen auch hier bei der Tram tatsächlich, äh, wir haben immer noch zwei Passagiere. Heißt, äh, hier wollen die Leute auch bis an die letzte Haltestelle noch mit. Die Tram fährt nicht komplett leer die ganze Zeit. Ist ein Riesenvorteil tatsächlich, ähm, weil so haben wir eine gute Chance, dass unser ÖPNV auch Gewinn macht. Viele sagen nämlich, gerade in Transport Fever und jetzt auch in Transport Fever 2, der, äh, äh, innerstädtische Nahverkehr muss kein Gewinn abwerfen. Sehe ich anders. Sehe ich komplett anders. Ich finde schon, dass er Gewinn abwerfen sollte. Nicht unbedingt muss. Aber am Anfang, äh, gerade hier auf, äh, schweren Einstellungen sollte er schon Gewinn abwerfen. Später können wir ihn über Züge subventionieren. Da bauen wir ihn dann auch, äh, noch mal ein bisschen mehr aus, um die Sims entsprechend schneller zu den Bahnhöfen und zu den Zügen zu bringen. Aber aktuell, äh, ja, müssen die einfach mit Gewinn machen. Da reicht unsere kleine Getreidelinie zur Lebensmittelfabrik nicht aus. Und hier sind wir jetzt auch einmal mit der Strecke durch. Wir halten noch mal kurz hier, steigen dann aus, schauen mal, was unsere Finanzen sagen. Hier steigt einer aus, zwei ein, wunderbar. Und wir sind auch schon wieder ein Jahr weiter, im Jahr 1902. Hier haben wir den Dux bekommen. Ein schöner, kleiner Bus für den innerstädtischen Verkehr, wie ich finde. Was sagten die Haltestellen? Okay. Die Fernbusse fahren, fahren auch alle noch leer aus Mühlheim. Und hier haben wir tatsächlich schon Leute drin. Sehr schön. Und auch hier warten schon Leute für den Fernbus. Und hier warten auch schon Leute, die über den Heideweg zu unserem zweiten Zopp wollen. So. Und wir machen aktuell noch Minus. Okay. Unsere Getreidelinie macht Gewinn, subventioniert also aktuell die anderen. Aber das muss sich halt alles einpendeln. Die Busse und auch die Straßenbahn brauchten ja ein bisschen, bis sie angekommen sind. Und so viel Minus ist es nicht. Auch der Fernbus, wenn der einmal richtig anläuft, dann glaube ich auch, dass der durchaus Gewinn abwerfen kann. Aber dann lassen wir es für jetzt und heute auch erstmal gut sein für die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier heißt Transport Fever 2. Bis dahin. Ciao.